Kurz vor Feierabend, im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Pollenflug. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt, es ist erst Februar. Aber es ist doch schon Pollenzeit. Oder wie die Apotheker dazu sagen, Reiz ist geil. Das ist ja schon einer. Ach so, ja, stimmt. Gar nicht gewusst. Die Apotheker sind ja auch die Nutznießer. Das ist ja noch einer. Und ich hab's wieder nicht gemerkt. Aber den wirst du merken, pass auf. Was ist richtig gemein? Sag mal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Wenn man zu einem Pollenallergiker sagt, jetzt kommt die Blütezeit deines Lebens. Oh, der ist stark. Der ist stark. Aber ich glaube, ich hab ihn jetzt wirklich. Richtig Heuschnupfen hast du ja erst, wenn dir beim Niesen die Piercings rausfliegen. Und zwar unten. Das war ganz schön schlüpfrig. Ja, dann schnell hoch damit. Ja, komm, mach mir das mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. K., linha bis dahin. Ja, dann glaube ich. Halse. Merde.